So meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu The Last of Us 2, immer noch im Ninja-Modus. Wir befinden uns noch immer im Gebiet des Scars. Und wir sind sneaky ass bitch. Kontrollpunkt ist gesetzt, ich frage mich grad ein bisschen wo die anderen sind, ey, irgendwie. Nee, ich höre auf jeden Fall noch welche. Oh, ja, da oben, ich seh sie. Kommen wir da rein, hinten? Boah. Ist, glaub ich, im Gebäude drin jetzt. Ich frage es wo. Doch, wie da hinten? Nee, unten. Aber das ist mehr als einer. Ob der hier hochkommt? Braust du nicht packen. Nichts entkommen lassen! Alter, es sind ja doch noch ein paar, ne? Okay, machen wir nochmal neu. Aber irgendwie hab ich mir das schon wieder gedacht, weißt du? Das ist der einzige Ort, an dem ich bin, da kommen sie wieder hoch. Aber ist nicht schlimm, hier ist ein guter Safe Point, also ein guter Check Point. Alter. Lol, wie schnell ist der denn jetzt gewesen, bitte? So, jetzt kommt er bestimmt hier runter. Wetten? Wetten? Nee. Moin. Moin. Ja, hier ist gerade echt irgendwie Köcke der Ort. Oben ist noch einer. Na komm, mach nicht so langsam. Ach, I love it. Das ist gar nicht mal so schwer, finde ich irgendwie. Keine Ahnung. Irgendwie ist... Ich dachte auch, die rennen immer zu zweit rum und so. Aber die sind ja alle alleine hier. Alle einzeln. Jetzt kommt jetzt der andere auf dem Dach. Boah, hier gibt es bestimmt... Scheiße. Boah, ich hätte gerne irgendwas zum Schmeißen jetzt, ey. Na, wo kommst du lang? Rechts oder links? Rechts oder links? Links. Guck mal, da ist noch einer gewesen. Zu behindert oder was? Alles durchsuchen. Los! Wir haben was übersehen. Ja, mich. Du teilst dir dann den Ort mit deinem Freund. Guck mal, da unten ist noch einer. Oben ist auch noch einer, glaube ich, ne? Ich hoffe, der bleibt da oben, Alter. Wo ist der jetzt? Der... Direkt unter mir. Komm ich irgendwie runter, vielleicht? Der ist halt direkt über mir. Und unter mir. Oh shit, der kommt hier hoch. Der kommt hier hoch. Oh, war das knapp. Das war fucking knapp. Hase. Schnuffel. Man nennt dieses Haus hier auch. Das Todeshaus. Weil der schwarze Ritter wieder am Start ist hier. Und alle meuchelt. Ne, gar nicht. Was war das nochmal? Wir sind Ninja, genau. Der schwarze Ritter war ja... Wenn wir entdeckt worden sind und... Und... Oh fuck. Und alle Plätten. Warte mal. Ich warte mal, bis die... Hier die geht. Na, kannst dich entscheiden. Sind auch wirklich viele Gegner, ne? Das sind nicht nur ein paar gewesen. Ja, guck mal, wie groß das Gebiet ist. Was ist denn hier los? Verspreche! Schlapp den Ulf! Alter, was? Ich würde halt interessieren... Sucht weiter Arschlöcher. Ja, sei mal nicht so vorlauter. Du wurdest schon getroffen. Zum Glück nicht schwer. Mich würde halt mal interessieren, ob das jetzt nur noch wirklich eine Person ist. Ich hätte gerne sowas zum Werfen irgendwie, ne? Boah, jetzt fühlst du sich aber auch cool, du. Danke. Das würde mich halt mal interessieren... Das waren noch nicht alle. Auf gar keinen Fall. Das glaube ich nicht. Denn... Wir sind immer noch in Gefahrmodus irgendwie. Frage ist, wo ist der letzte oder vorletzte oder whatever? Es ist auch so ein Riesengebiet, ey. Hier müssen 50 Gegner sein, theoretisch. Ja, schade. Checkpoint ist schon gesetzt, weil ich finde es gerade ein bisschen kacke, dass wir unsere Nahkampfer eingesetzt haben. Weil ich habe gedacht, die dreht sich jetzt gerade wieder um. Deswegen wollte ich schnell sein. Boah, das ist echt ein Riesengebiet hier, ey. Ich höre jemanden. Ich höre noch einen. Ich weiß nur nicht wo. Irgendwo geradeaus. Links ist einer. Links ist einer. Hm, ne ne. Komm, die versuchen wir mal so zu schnappen. Ich will halt auch nicht so weit ins Gebiete reindringen, weil ich habe irgendwie Angst, dass ich gleich... Oh shit. Das sind sehr viele noch. Wieder mal. Boah, komm schon, ey. Boah, komm schon, ey. Da sind welche auf jeden Fall. Oh fuck. Oh shit. Da kommen einige. Da kommen einige. Ja. Ja. Und natürlich genau auf mich zu. What else. Wann kannst du dich umdrehen? Wer hat mich denn jetzt gesehen? Da kommt einer. Aber ich glaube nicht hier hin, oder? Boah, hier ist ein richtig krasses Versteck, ey. Lul. Stop. Fucking. Pfeif. Oder wie auch immer. Du bist bald fertig. Bist du bald fertig rennen? Du sonst richtig weg. Lul. Hat der mich nicht gesehen jetzt? Oh, doch, oh, doch. Oh, Junge. Wie bist du... Ne, komm noch mal. das will ich noch mal machen das will ich auf jeden fall noch mal machen guck mal wie viele das aussehen das ist so übertrieben das ist nicht gerade schwer jetzt hier aber es ist trotzdem übertrieben finde ich und anzahl der gegner her sehr froh ich bin echt froh dass wir keine hunde haben ich meine wir sind jetzt schon zwei parts an einem ort mit gegner und wir haben immer noch gegner hier wo wir durchgehend nämlich gerade verarschen halt als ob der mich jetzt hier sieht er wollte mich komplett verarschen gerade oh fuck nichts passiert ich ich glaube ich jetzt erst mal ins erste gebiet ich glaube die gegner kommen da erstmal noch nicht hin hoffe ich oder doch ich höre auf jeden fall nur welche aber ich weiß nicht von wo ok guck mal ne doch nicht doch da kommt jetzt einer sah so aus kurz ich glaube halt echt das hat nur noch die oder oben sind sie jetzt alter duck dich doch ob die sich umbrett mit sicherheit wer 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 nie von hier kam nichts und jetzt wollte ich noch ein freund gucken hier irgendwie aha ja komm komm hier komm 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 keine angst bin da nicht ich bin ganz wunders ja du kommst gerade aus ja hey wohin das waren immer noch nicht alle wa menschenskinder ey was für ein gebiet hier kenne ich ja noch gar nicht hier mach ich ja hoch da muss mich hier hoch ne schade Ja komm, ich will in dem Part wenigstens noch die Gegner hier plätten, ey, komm. Aha, ich höre sie, rechts irgendwo, ja hier kann ich aber rechts nicht raus leider. Genau. Ja. 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 Wo ist die denn, hallo? Okay. Kann ich die vielleicht anlocken irgendwie? Wo ist die? Da. Ich hab's halt echt angelockt. Lol, bin ich Pro. Oh doch. Was geht, Bitch? Ich find's cool. Mit dieser schönen, netten Einlage werden wir uns verabschieden. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.